Es gibt einen neuen fliegenden Umhangträger. Es gibt einen neuen schwingenden Fadenspinner. Und jetzt gibt es einen neuen Helden. Und der ist ein Weichei. Schall das ein Witz sein? Wenn ich eins in meiner Kindheit gelernt habe, dann das. Man hat neue Kontrolle über sein eigenes Leben. Wer freut sich schon auf den großen Half-Life Road Trip? Das ist Greg. Willst du eins? Na, Greg, ich würde sie nicht noch ermutigen. Es ist doch nur eine. Roderick. Ich habe für uns eine Mikrowellenpizza. Roderick, das ist ein Zimmer-Safe. Rupert. Manny. Was sagt man dazu? Das ist der Hauptgewinn. Oh mein Gott. Mom und Dad. Oh, ist ja süß. Das Schwein ist besser auf dem Töpfchen als du, Greg. Oh mein Gott. Dieses Jahr. Das ist perfekt. Dieses Wochenende ist die Player Expo in Indianapolis. Das ist nur fünf Zentimeter weit weg. Neues Fazit. Greggs Tagebuch. Böse Falle. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017